Wir sind hier heute zu Gast bei Giesga und Lackmann mit dem Projekt Netzwerk Q40. Im Projekt Netzwerk Q40 geht es um Digitalisierung der Berufsausbildung und wir wollen so ein bisschen gucken, wie ist Giesga und Lackmann aufgestellt. Wir machen Fotoshooting und haben schon ganz viele tolle Sachen entdeckt. Wir sind heute Morgen hier durchs Gelände spaziert und Stefan hat uns alles gezeigt und wir haben geguckt, welche tollen Motive entdecken wir für unser Fotoshooting. Das Ziel vom Netzwerk Q40 ist, wir bieten Trainingsangebote für Ausbilder und Ausbilderinnen in Unternehmen an. Das reicht von Videoproduktion über Programmieren leicht gemacht bis zur Gästekommunikation und wir wollen einfach gucken, Unternehmen begleiten, nutzen die unsere Trainingsangebote und bringt denen das vor allem etwas im Alltag. Giesga und Lackmann möchten eine digitalere Zukunft. Zurzeit wird eine Online-Plattform errichtet, die neuen Mitarbeitern den Einstieg ins Unternehmen erleichtern soll. Analoge Einarbeitung wird nun digital und zu jeder Zeit abrufbar. Auch in anderen Bereichen wird an der Digitalisierung gearbeitet. Die Spedition ist daher ein guter Partner für das Netzwerk Q4.0. Diese wollen nämlich anderen Firmen zeigen, wie Digitalisierung aussehen kann. Giesga und Lackmann darf die Bilder natürlich auch selber nutzen. So hat nicht nur das Netzwerk was von der Aktion, sondern auch die Spedition selber.